Die Frage ist, kann ich Fluktuationen managen? Am Ende kann ich sie beeinflussen, aber nicht managen. Fluktuation an sich hat sich in den letzten Jahrzehnten sehr stark entwickelt. Während meine Großeltern noch 1,3 Arbeitgeber hatten statistisch, ist es bei meiner Generation schon Richtung 8 Arbeitgeber unterwegs. Und schauen wir auf die nachfolgenden Generationen YZ und vielleicht Generation Alpha, dann wird prognostiziert, dass die Arbeit eigentlich nicht mehr in einem stabilen Verhältnis stattfindet, sondern eher eine Projektcharaktertätigkeit entspricht und dass ich alle 2 Jahre wechsle. Das macht für die Arbeitgeber natürlich die Arbeit extrem schwierig, weil nach 2 Jahren, vermutet man, ist jemand bei 100%, hat verstanden, wie die Prozesse intern laufen, welchen Tätigkeitsbereich er erfüllen muss, er ist fachlich dort fit. Und genau an diesem Zeitpunkt gehen Mitarbeiter. Fluktuation ist eine der wesentlichen Elemente. Talentbindung auf der anderen Seite, die richtige Reaktion darauf. Ich kann Talente nicht durch Geld binden. Also wer für Geld bleibt, geht für Geld. Ich kann aber Talente binden durch sehr viele weiche Faktoren in deiner Karriere. Fringe Benefits ist ein Element davon. Gute Führung, gute Kultur, die Möglichkeit sich weiterzuentwickeln, die Möglichkeit Erfahrungen zu sammeln, auch in anstrengenden Dingen, die Möglichkeit flexibel zu arbeiten, die Möglichkeit meine Karriere auch andere Richtungen zu geben und überall dort unterstützt zu werden. Diese Elemente sind viel wichtiger in Talentbindung als nur eine Gehaltserhöhung. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Untertitelung des ZDF, 2020